jinder breck meine freunde heute wieder ein neues video in aller frische heute spielen wir ein bisschen black ops 4 im jahre 2020 und dann let's go gucken wir mal wie es so ist listen wir was haben wir hier zylinderverschluss für klasen editor kann mir personalisierung da ist ja die geilste karl und die karl war so sexy diese tarnung ich glaube das war die erste tarnung die ich mir gleich ausgedrückt gar nicht klar ist komplett anderes feeling das ist ganz komisch ich bin wunder dass ich nicht viel snipen konnte Oh, relax, wöge Klatsch, Alter, was war denn das? Zack, Leute, zack, 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 Digga, nein, da geht's ab, Junge, Junge. Zweite Runde Black Ops 4, Digga, fast klippt, aber ich kann auch den tun, dass ich da besser bin. Oh, oh, was, was? Zweite Runde läuft aber um einiges besser, als die erste. Komm her, die Quatsch, Alter, komm her, die Quatsch, ey. Komm her, Junge, ba, komm her, Junge, ba, wenn die Fresse, Digga. Gehau rein. Wof, bochtest du. 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 Kommando eine Drohne starten. Nehmen Sie eine Drohne, verfügbar für Aufgaben. Junge, war das die Sportspit? Junge, ich hab die gebonst. Ich hab die einfach noch geklacht. Das ist meine zweite Runde. Ich weiss nicht mal wie links geht. Ich heisse, warum läuft es auch? Junge, hört ihr den kleinen Jungen noch durchdrehen? Was ist das? Ja. Oh lord, ich muss es kommen. BOOOOM! Nein, ich habe mich nicht gut. Ich habe mich nicht gut. voll vergessen, wie geil das ist, die Leute wegzuschleppen im B.O. 4, Diga. Boah, das finde ich so fun. 53, 18. Ja, normal, Diga. Maschine, Diga. Wie Maschine bin ich im B.O. 4. Äh, B.O. 4, ne? B.O. 4, Diga. Komm, komm, gnadenlos, Alter. On Street bin ich sogar, Junge. So ist es nicht los, ey. Nein, ah! Ja, natürlich, weil ich dumm bin und Challenge. Weil ich dumm bin und Challenge, Diga. Wir verlieren Alpha. Komm, jetzt. Oh, was? Hellstor, meine Freunde. 56, 20, Diga, habe ich gebumscht. Zweite Runde, ich schwörs euch. Zweite Runde, Diga. Da bin ich, Mann. Was? Der war doch drauf. Boom. Boah, jetzt schießen müssen ich versuchen drauf. Was? Und wie ich die geslappt habe, Alter. Zweite Runde, meine Freunde. Zweite Runde, Diga. Ah, saftig, köstlich, schmischlich. So, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.